Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht mehr, Leute. Lol. Nein! Ich hab es sofort wieder geworfen. Nein! Ich hab die Faschaße gedrückt. Der Schild hat mich zurückgeschleudert. Und dann bin ich in den Boss rein und hab Schaden bekommen. Mist. Und dann bin ich in den Boss. Mal sehen, ob es jetzt was wird, Leute. Ob ich mich jetzt besser anstelle. Ow! Ow! Das war jetzt irgendwie gar nichts. Besiegt eine Fee. Ja, sehr schön. War ein bisschen schwer, Leute. Noch eine Fee. Wunderbar, Leute. Okay. Ach, ich bin hier sogar im Auge drin. So, so. Ich glaube nicht, dass im Raum des Minibosses hier was ist. Da ist etwas. Hier nicht. Gehen wir erstmal weiter. Moment mal, war ich hier nicht schon mal? Hä? Jetzt bin ich hier oben. Und das hier bringt mich wieder zurück. Interessant. Dann gehen wir da jetzt rein. Okay. Okay. Oh. Wird alles zu löchern. Aber wir können ja springen. Ein kleiner Schlüssel. Gut, dann halt so. Wir könnten jetzt da weiter oder nach unten. Ich möchte... Oh, falsche Tasse. Ich möchte erst nach unten. Das funktioniert nicht. Das auch nicht. Einfach verschluckt. Dann halt so. Okay, wir können jetzt hier nach rechts. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Feen direkt von dem Boss. Wie geil. Okay, also da oben ist der Boss. Na gut. Wir brauchen erst den großen Schlüssel. Gehen wir also wieder zurück. Ach, jetzt kann ich... Oh Mist. Okay. So, oh nein. Schon wieder. Mist, wo bin ich jetzt? Und wieder zurück. So, ach, Moment mal. Ich musste ja... Unter einer der Statuen war es ja. Genau. Hier. Ups. Danke für das Herz. So war das jetzt nicht geplant. Okay, wir gehen jetzt gleich hier weiter. Okay. Gäbe es da eigentlich noch einen anderen Weg? Ja, nach oben. Okay, gehen wir kurz nach oben. Ach, halt. Da oben. Da nach oben. Okay. 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 Und jetzt kommen wir hier rein. Und wo sind wir jetzt hier? Weiß ich noch nicht. Mal sehen. Mal sehen. Okay. Okay, dann würde es nach oben und nach unten gehen. Bomben. Okay, wo sollte ich hin? Nach unten würde ich wieder nach links kommen. Ah, okay. Wir gehen erst mal nach oben. Oh, interessant. Da habe ich mir jetzt selbst den Weg versperrt. 200 Rubine gefunden. Wahnsinn! Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt brauche. Hier ist einfach mal wieder zurück. So, und dann gehen wir jetzt hier hin. Oha. 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 Geht hier einfach woanders entlang. Einer ist besiegt. Okay, wir könnten jetzt da nach oben mit der Feder und dann wären wir wieder hier. Oder wir können einfach jetzt hier weitermachen. Nein, ich habe keinen kleinen Schlüssel, was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, so ein Mist. Und ich komme da nicht mehr zurück? Ich muss also jetzt hier runter, so ein Mist. Und da würde ich jetzt irgendetwas bekommen. Ich habe auch den Kompass noch nicht, Leute. Wieso habe ich den Kompass noch nicht? Sag mal, wo ist denn der versteckt? Okay. So, da unten gibt es ja nichts mehr. Da sind wir fertig. Da nach oben geht es zum Miniboss. Auch da sind wir an sich fertig. Wir müssen dann nur später wieder nach rechts zurück, weil da noch eine Truhe ist. Wo ist denn jetzt der Kompass? Da könnten wir auch so einfach schneller zum Miniboss wieder, das ist auch gut. Aber hier bringt es uns nichts. Jetzt kann ich mit dem das einfach wieder öffnen. Ja, also ich kann hier jetzt jederzeit rein, Leute. Interessant. So, wie sieht es hier nochmal aus? Da war ich ja jetzt und bin dann da rechts hingekommen. Nein, von da rechts bin ich hergekommen. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Hm, ich muss erst mal wieder das umschalten. Genau, dann gibt es hier einen Weg hoch. Ah, wohnen mal. Aha! Und plötzlich kommen wir hier weiter. Da ist eine Truhe. Mit dem Kompass! Na, endlich! Okay, noch zwei Truhen. Für die eine brauchen wir einen kleinen Schlüssel und da links noch. Das wird wahrscheinlich der kleine Schlüssel sein. Das heißt, links ist der kleine Schlüssel, rechts ist der große Schlüssel. Wo würde ich denn hier noch weiter kommen? Ach egal, wir machen einfach mal kurz hier weiter. Hm. Da ist eine Treppe, Leute. Das sind 100 Rubine. Okay. Wo komme ich hier hin? Eine Zaubermuschel! Wie geil! Wie viel haben wir denn jetzt schon? 19! Super! Okay, aber wo ist denn dann der kleine Schlüssel? Moment mal! Moment mal! Jetzt bin ich verwirrt. Okay, aber hier würde es ja noch weiter gehen. Au! Genau, wir waren ja hier noch nicht. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal weiter. Sehr schön! Oh, das ging ein bisschen daneben. Reicht das? Nein, hat nicht gereicht. Der kleine Schlüssel! Wunderbar! Wir haben ihn, Leute. Damit kommen wir jetzt weiter und können den großen Schlüssel holen. Auf! Au! Nein, das ist falsch. Moment mal! Moment mal! Moment mal! Die Herzen holen wir uns! 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 Die Herzen holen wir uns!